Woher weiß er das? Hier ist ne Pinkboard! Woher weiß er das? Der Hurensohn, Alter! Boah, ich hasse Leute wie Ghosten, ey! Aber nein, vergesst das! Au, ne Witz! Wieso deckt meine Pinkboard dir nicht auf, Alter? Warum nicht? Warum deckt sie dir nicht auf, Alter? Oh Gott, ey! Oh, peinlich, Alter! Meinst du, ich bin breiter als Tubo? Ich glaube, es gibt niemanden im Internet, der breiter als Tubo ist. Außer vielleicht, weiß ich nicht, Arnold Schwarzenegger oder... Hat Stream-Tubo nicht in 21 zu 9, weil der für 16 zu 9 zu breit ist? Oh Gott, was ist das denn? Oh, ist das schlecht, ey, wirklich! Oh Mann, ey! Weg jetzt nicht, Alter! 21 zu 9! Ach, so ne Scheiße! Der Spot, der Spot, der Spot! Der kommt, der kommt, der kommt! Nunu hat ihn! Oh! What? Was? Junge! Alter, vergisst du, was ich gesagt habe über den Nunu? Der ist insane! Ja, wahrscheinlich, oder? Ach komm schon, Riot! Echt jetzt? Ah, das ist Balanced, oder was? Cool! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Vergewaltigung, Alter! Alter! Ich muss den Stream ausmachen, ey! Eieieiei! Hier wurde gerade jemand komplett obliterated, Alter! Ach du Scheiße! Alter! Der ist in dir, ey! Der ist in dir, ey! Guck ich mir auf! Juhu, ey! Den hast du mit dem Cool komplett den Bart zerfickt, Alter! Holy Shit! Das hat gesehen, ey! Die MF kann man, glaub ich, aufhalten, ne? Oh! Alter! Oh mein Gott, hab ich grad nen Schlaganfall, Alter! Bin kurz weggetreten! Was war das denn, Alter? Hab ich das gesehen? Der Yasuo ist einfach verschwunden! Oh, lol! Oh, lol! Ah, ich bin ne Zehn, Junge! Fick nicht! Ich bin einfach ne Maschine! Komplett insane, Alter! Hat er nicht erwartet! Alter, der Masse! Ja, keine Snacken für ne Scheiße, oder? Äh! 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 Alter, das sieht so dumm aus! Da ist ein Konzertipp! Alter, wie viel Movespeed ich hab, Alter! Ich komme! Ich komme, Bruder! Ich komme, Bruder! Mach die alle los! Komm mal! Hier! Hier! Oh! Oh! Junge! Ich hab in mein Pants gechefst! Aber so hat von... Oh! Oh! Gott! Ich muss die Hose wechseln gehen, Alter! Oh! Please! Hahahaha! Alter, Junge! Ich kann mich einfach nicht bewegen, Mann! Boah, Junge! Wer designt solche dummen Helden, Mann! Der! Wer designt sowas?! Junge! Alter, das ist so stupid! Holy! Das ist der größte Track, den ich je gesehen habe in meinem Leben! Was für ein Schwachsinn! Ah, keine Ahnung! Ich weiß nicht, ich hatte da schon mal so ein Thema! Äh, da hat mir eine Freundin von mir, mit der ich ewig keinen Kontakt hatte, irgendwie... Äh, die ich noch aus meiner Ausbildung kannte, hat mir mal erzählt, dass sie sich von ihrem Freund getrennt hat nach drei Jahren, nachdem er die zwei Jahre geschlagen hat. Da dachte ich mir auch nur, äh... Okay. Warst du den zwei Jahren bewusstlos, weil er dich geschlagen hat? Oder warum hast du den erst nach drei Jahren verlassen? Hey, was ist das denn? Hä? Da gibt kein Flash mehr, Bruder! Da bleibt genau da stehen, wo er steht! Hä? Was ist das denn für ein Game schon wieder? Hä? Hä? Was?! Ja, das ist allerdings Jaikers, Alter! Hä? Das hab ich überhaupt nicht verstanden, Alter! Hä? 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 Hä?ä? Hast du Tristana one shotten? Jetzt? Wow, Alter, Bruder, dein Ernst? Was war das für ein Play, Alter? Juhu, das hätte... Alter! Ich habe auch schon 10 Stunden ein Glas aufgelegt. Das hätte auch von mir sein können, oder? Kennt ihr so Männer, die so mit verschränkten Beinen sitzen? So wie Frauen, wenn man so die Beine übereinander schlägt. Habe ich noch nie verstanden, wie das angenehm ist. Also, ich finde das überhaupt nicht angenehm. Den Sack und den Penis darüber und dann liegt das schön auf den Oberschenkel. Ich weiß ja nicht, wo dein Penis und dein Sack hängen, aber... Das sind, glaube ich, auch diejenigen, die reiten gehen ohne Ritzsattel, Alter. Spiegelei, Spiegelei, Leute! Ah, Junge, da ist komplett RIP, Alter. Da hörst du nur noch einmal Klatschen her und dann ist einfach nur noch Brei in der Hose. Ah, muss los, ey. Ah... Lass mal alle dreschen auf die Ulti ein, Alter. Oh mein Gott! Oh mein Gott, Alter! Wollt ihr einen Reiseberuf für Behinderte öffnen, aber der Slogan Schick den Mongoren in den Kongo wäre nicht so gut angekommen, Alter, die Leute. Lass uns bitte nicht wieder mit solchen Sachen anfangen, Alter. Der Twitch-Chat ist immer... Ich bin auch jemand, ich bin echt ein Fan von schwarz und humor, aber... Ihr wisst ja, wie der Twitch-Chat ist. Das artet immer sehr schnell aus, Alter. Hey... Ah, Bruder, pass auf! Muss los! Atombombe, Alter! Yo, breakfast comes back close! Cap, jump back! Yeah, good job, Boys. Ich stehe 8-1, Bruder ich konnte nicht carry. Ja, kein Wunder, wenn du nur hinten stehst, Alter. Und nichts machst. Was war denn das, Alter? Geht nicht mal geoutet. Oh mein Gott! Ah! Oh mein Gott. I gist, Alter, in meinen fucking Pants, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin ein Biest, Alter. Oh mein Gott, ich bin so ein fucking Biest. Oh mein Gott, der Urgott. Alter! Oh mein Gott, ich bin ein Biest. Oh mein Gott! Nein, ich geh doch rein in die Tau, ich bin so dumm. Und das kommt von einem Typen, der hart sexnüchtig ist, der bis zu achtmal am Tag masturbiert hat. Also ich meine, ich hatte auch mal Phasen, da hab ich richtig ordentlich reingefäppt, ne? Aber achtmal am Tag, Alter? Junge, da wär doch alles wund bei mir. Junge, was kommt denn da noch raus, Alter, da ist ja nur... Alter, das war einfach nur noch traurig, Alter. Kommt da einfach in die Luft zu. Boah, Alter, achtmal am Tag, Junge, das ist ja echt, Alter. Achtmal anfängt, aber... Flash, Alter. Ja, moin, Alter, muss komplett groß. It was at this moment that he knew. He fucked up. Hä? Was? Wait, uff. Hab's halt tatsächlich nicht gesehen, falls schnell so ein Drake noch vielleicht. Ach komm, Alter, das war noch niemals drauf. Habt ihr das gesehen, die Klett-Ulti? Oh, pfff, haha, oh, ah, Bruder, ah, Bruder! Oh mein Gott! Junge, was hat denn der für ein Atombombenradius? Junge, ey, wird... Junge, ... Untertitelung. BR 2018